Hallo, wir Paul und Schneider von Rappenstein, jetzt sind wir immer noch in Amsterdam in dieser wunderschönen Pracht und sind hier beauftragt, euch neue Musik oder alte Musik anzusagen, neue Videos vorzustellen. Wir persönlich bringen ja gerade eine Live-Platte raus, weil uns leider nichts Besseres eingefallen ist und wir so viele auf Tour waren und die neuen Songs noch nicht fertig sind, müssen alle Rappenstein-Fans wahrscheinlich noch ein Jahr warten. Aber eine andere gute Band aus Deutschland ist die Band UMPH, die in eine ähnliche Richtung wie Rappstein verfolgen musikalisch und unser absoluter Lieblingssong von UMPH ist die Single Eis-Koffein und die wollen wir euch jetzt präsentieren. Zur UMPH würde ich noch ein kleines Ding sagen. UMPH waren ein bisschen eher da als wir, vielleicht ein, zwei Jahre und sind ein bisschen schlecht weggekommen, obwohl die fast dieselbe Musik machen und keiner weiß so richtig eigentlich, woran es liegt. Und trotzdem sind wir befreundet. Guck mal, Eis-Koffein! Guck mal, Eis-Koffein! Guck mal, Eis-Koffein! Guck mal, Eis-Dig! Guck mal, Eis-Koffein! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.